Wir reden heute auch an unserer Demo-Teidigung. Die jährliche Demo am Bundestag wichelt sich nicht nur gegen die Verbrechen des terroristischen Bedienstes, sondern gegen Unrecht und all seine Erscheinung. Wir demonstrieren gegen die Verbrechen des terroristischen Bedienstes. Wir demonstrieren in die Freiheit und Unabhängigkeit der arabischen Völker. Die Jährlichen, die Erkatep hazeln. Wir demonstrieren den europäischen increasinga Gäden. Und wir demonstrieren den Krieg des Beispiels aus Kalas пропolzen und der Kommissionsvölker. Nein, 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 Wenn die Menschen auf uns schluckt, Israel mit Kinder und Freiheit für Palästina, Freiheit für Palästina, Freiheit für Kata. Freiheit für Palästina, Freiheit für Palästina, Freiheitsgrüß, Das war's für heute. Gezaheim Allah Untertitelung des ZDF, 2020 Antisemitismus, Fakismus, Trenzweizigkeit und die Samaritur haben uns keinen Platz. Verkehrt! 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 Wir sind Faschisten! Wir suchen Menschenrechte! Freiheit für Palestina! Freiheit für Palestina! Freiheit für Palestina! Wir suchen Menschenrechte! Schaut nicht weg! Die Leute, die wegschauen, sind nicht besser als die Leute, die das tun. Lest die Schilder, die hier sind. Lest es und macht euch wenigstens Gedanken. Machen wir uns alle Gedanken darüber. Warum sind wir hier? Wir sind hier für Menschenrechte. Wir sind hier, weil uns das Leid der Menschheit weh tut, das durch den Zionismus verbreitet wird. Leid! Tötung! Völkermörder! Warum? Ist es schon mal aufgefallen, dass Amerika überall in den Ländern drinnen von Töten? Und wenn du nicht drin bist, die kommen rein, Amerika töten, vergewaltigt Frauen, töten Kinder und dann sind wir die Terroristen? In welchem Buch steht es drin, dass die Terroristen die sind, die sich verteidigen? Wo steht das? Freiheit für Palästina! 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 Israel raus aus Palästina! Stoppt den Mord, stoppt den Krieg, Palästina bis zum Sieg! Verspieß Allahu Akbar! Leider, 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 Leider! Deutschland ist nichts wie diktatorische Staaten. Wir sind Jugendliche, die einfach uns stören. Das heißt, die sind unglaublich, was sie haben. Einige, was sie einfach bei unseren Anwalt sind. Das heißt, bitte nicht alle Leute gut zu haben. Es ist ihnen von zwei zu gestern. Einige Einheit, bitte denkt daran. Zuniden und Chiiten, verbrüdert euch. Wir können nicht den westlichen Machtapparat vorgeleisten. Wir haben andere Vorbilder. Unser Vorbild ist der Prophet Mohammed. Und die Familie des Propheten. Israel raus aus Palästina! Freiheit für Palästina! Freiheit für Palästina, Freiheit für Palästina, Israel raus aus Palästina, Sie und Esten sind Terroristen, 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 es gibt Recht, eine Gegendemonstration, gar nicht drum kümmern, einfach weiter gehen. Nichts Leben, aber weiter gehen, nicht drum kümmern. Es ist eine große Herausforderung. Wir streiten, wir streiten, wir streiten! Wir streiten, wir streiten. Dammzellasen Dramat! Freizeit! 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 Ich bin ein Halt für Magistina. Ich bin ein Halt für Magistina. Stopp den Ruh, stopp den Krieg. Stopp den Ruh, stopp den Krieg.